So, wer ist der Erste, der hier rennt wird? Den Anfang macht hier der unglaubliche Mark König aus Dietzenbach, Dietzen Creek, Dietz Seed bei Darmstadt zu Hause. Frisch verheiratet, von daher ziemlich kraftlos. Macht man Applaus für Mark König! So, der nächste junge Mann hat hier die weiteste Anreise gehabt, aus Wien eingeflogen, Österreichs krassester BMXer, gerade bei RTL zu sehen gewesen, hier ich bin unschlagbar, leider wurde er geschlagen von so einem Typen, der Parcours macht, kann ich eigentlich an ihn glauben. Ich bitte um einen Applaus für Sena Krosic! Ja, Sena! Alter, Opposite Manual, oder? Applaus, 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 Applaus! Applaus, 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 App